Willkommen zu meinem Review-Video des Livington Schildhauer, Air Conditioner with Water Cooling, Mobile Air Conditioner with 3 Cooling Levels, evaporative Cooler with Hood Exhausthose vor 12 Uhr's Cooling Tanks to 1.5L Tank. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob es das Richtige für Sie ist. Beginnen wir mit den Merkmalen des Schildhauer. Dieser leistungsstarke Verdunstungskühler verwendet Hydro-Shield-Technologie, um warme Luft in Sekundenschnelle zu kühlen. Das einzigartige Instachel-Verdunstungssystem kühlt die Luft ohne Chemikalien, indem es einfach mit Wasser gefüllt wird. Mit seinem schlanken Design ist der Schildhauer ultraleicht und einfach zu transportieren, aber dennoch leistungsstark und effektiv in allen Räumen. Ein weiterer Vorteil des Schildhauer ist seine Energieeffizienz. Mit minimalen Stromkosten bietet er maximale Kühlleistung und kann bis zu 12 Stunden lang mit einer Tankfüllung kühlen. Der Schildhauer verfügt über ein intuitives Touch-Bedienfeld für eine einfache Bedienung, drei Geschwindigkeits- und Kühlstufen sowie eine Schwenkfunktion und eine Timer-Funktion mit optionalen 2, 6, 8 oder 12 Stunden Kühlung. Jetzt möchte ich Ihnen einige Bewertungen von zufriedenen Nutzern des Schildhauer vorstellen. Renatus gibt dem Schildhauer vier von fünf Sternen und bemängelt lediglich, dass der Tank nicht vollständig herausgenommen werden kann. Dieter gibt dem Schildhauer drei von fünf Sternen und sagt, dass die Luft nicht so kühl und erfrischend ist, wie in der Werbung versprochen. Sonja Gebhardt gibt dem Schildhauer drei von fünf Sternen und bemängelt, dass der Wasserbehälter nicht vollständig entleert oder gereinigt werden kann und dass er undicht ist. Hansi Christöffel gibt dem Schildhauer nur zwei von fünf Sternen und sagt, dass jeder Luftkühler aus dem Baumarkt das Gleiche leisten kann. Trotz einiger negativer Bewertungen gibt es auch viele zufriedene Kunden, wie zum Beispiel der Amazon-Kunde, der dem Schildhauer vier von fünf Sternen gibt und sich eine Fernbedienung wünscht. Ein anderer zufriedener Kunde sagt, dass der Schildhauer etwas teuer ist, aber Qualität eben ihren Preis hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Livington Schildhauer, Air Conditioner with Water Cooling, Mobile Air Conditioner with 3 Cooling Levels, evaporative Cooler with Hood Exhaust Hose vor 12 Uhr Schooling Tanks to 1.5L Tank ein leistungsstärker und effektiver Verdunstungskühler ist, der ohne Chemikalien arbeitet und sehr energieeffizient ist. Obwohl es einige negative Bewertungen gibt, gibt es auch viele zufriedene Kunden, die den Schildhauer empfehlen. Wenn Sie auf der Suche nach einem mobilen Kühlsystem sind, das einfach zu bedienen und zu transportieren ist, könnte der Schildhauer die richtige Wahl für Sie sein. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um den Schildhauer auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie damit auch meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen!